Mein Name ist Maria Koch, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Ravensburg. In meiner Freizeit reite ich am liebsten mit meinem Pferd zu Hause. Ich bin auf einem Betrieb aufgewachsen und möchte auch später in einem landwirtschaftlichen Betrieb tätig sein. Ich werde Agrarwirtschaft in Driesdorf studieren. Ich denke, dass es schwierig wird, in der Landwirtschaft bestehen zu können. Gerade momentan mit der Preislage und so weiter ist das ziemlich schwer. Und dass man sich einfach abheben muss von der Menge der Betriebe, dass man dauerhaft bestehen kann. Ich denke, dass man in jedem Betrieb mit der modernen Entwicklung mitgehen muss, um dabei zu sein. Und gerade bei unserem Betrieb stehen jetzt große Entwicklungen an. Das reizt mich auch, da einzusteigen und mir da Gedanken zu machen, wie es da weitergehen könnte. Meine Aufgabe bei V3PO ist explizit jetzt die Arbeit mit Werbemedien. Aber Forscher tun wir alle zusammen. Wir bereiten den Versuch vor, der dann auf die ISS kommt. Das bedeutet, dass wir eine Woche vor Start hinfahren und dort im Labor alle Vorbereitungen treffen. Das ist einfach etwas total unerforschtes, also jetzt gerade unsere Fragestellung. Und jetzt zum einen war gar nicht sicher, ob wir überhaupt auf die ISS kommen mit unserem Versuch und zum anderen einfach Neuland entdecken und über die Welt hinaus denken. BASF. We create chemistry.